In den kommenden Tagen startet ein neues Minecraft Projekt, Island of Legends. Es geht darum, dass sieben Spieler sieben Tage lang an verschiedenen Orten auf einer Insel überleben müssen. Davor dürfen sie aber drei Items in Paint malen ihrer Wahl. Falls ihr auch mitmachen wollt, bewerbt euch einfach, es sind noch drei Plätze frei. Und lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und jetzt, ciao!